Herzlich Willkommen zum Sympositi 2020 zu einem weiteren Video von Wir pflegen NRW. Heute soll jetzt in diesem Video um die Situation der pflegenden Eltern gehen. Wie schaut es da gerade aus? Wo sind die Herausforderungen? Welche Unterstützung braucht es? Und das ist so wichtig aus unserer Sicht, weil wenn es um häusliche Pflege geht, pflegende Angehörige geht, dann denkt man häufig, das betrifft eher ältere Menschen. Ältere Menschen werden pflegebedürftig und leisten Pflege. Aber natürlich gibt es auch viele, die ja auch in jungen Jahren schon auf pflegebedürftig sind und versorgt werden müssen. Und da rückt die Frage, wie geht es eigentlich deren Angehörigen häufig in den Hintergrund? Und wir wollen so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mit diesem Video und mal genauer auf die Situation schauen, wie es gerade eigentlich auch pflegenden Eltern ergeht. Und das kann man natürlich am besten machen mit jemandem, der da auch in der Situation ist und da direkt aus erster Hand berichten kann, wo denn der Schuh drückt und wie es ausschaut und was sich verändern muss. Und da darf ich ganz herzlich Martha Neumann willkommen heißen hier. Hallo Martha, grüß dich. Hallo Christian. Schön, dass du dabei bist und uns gleich so einen kleinen Einblick gibst, damit wir alle da ein bisschen schlauer werden, wie es pflegenden Eltern in Deutschland gerade so ergeht. Und vor allem auch, was ihr natürlich auch in Aachen macht. Ich sage ganz kurz ein paar Punkte zu dir, damit man weiß, wer du so grob bist. Also Martha Neumann, habe ich schon gesagt, aus Aachen kommst du. Und wenn ich es richtig weiß, bist du schon seit über 31 Jahren pflegende Angehöriger. Stimmt das? Ja, kann man im entferntesten 29 mit zwei Jahren. Ja, schon sehr, sehr lange auf jeden Fall. Also du weißt wirklich, wovon du sprichst, hast alle Höhen und Tiefen sozusagen auch schon mal miterlebt und mitgemacht. Und du bist ja vor Ort in Aachen wahnsinnig aktiv, hast die Weggefährten mit anderen zusammen gegründet. Da gehen wir ja gleich auch noch mal drauf ein, was dahinter steckt. Wirklich sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ein Wohnprojekt, was ihr da auf die Beine stellt, bist in der Selbsthilfe für pflegende Angehörige, für pflegende Eltern aktiv und sitzt ja auch in der kommunalen Konferenz Alter und Pflege in Aachen. Und da werden wir auf all die Dinge sicherlich gleich auch noch mal zu sprechen kommen, was dahinter steckt. Und ja, habe ich was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was zu dir ergänzend sagen? Nein, das ist schon alles, hast du sehr prima gesagt. Und die Fragen, die kommen, dann wird sich das ein oder andere damit, wird das rund werden. Super, alles klar, prima. Ja, dann starten wir auch mal direkt mit der ersten Frage. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir eigentlich relativ wenig wissen, wie es pflegenden Eltern eigentlich so geht. Also da gibt es wenig auch so Studien, Forschungsergebnisse, die das mal beleuchten. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir alle mal einen Eindruck bekommen, wie ist eigentlich euer Alltag? Wie erlebst du gerade die Situation pflegender Eltern? Also deine Situation, aber auch die der pflegenden Eltern, die du sonst noch in deinem Umkreis auch hast. Wie kann man das umschreiben? Also vorweg möchte ich sagen, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Ja, weil die Frage dazu ist sehr, sehr komplex und es steht und fällt natürlich damit, welcher Pflegegrad mein Kind hat. Ist das Pflegegrad 1 oder ist es Pflegegrad 5? Habe ich einen niedrigen Betreuungsbedarf, Assistenzbedarf oder einen sehr, sehr hohen? Das erklärt sich von selbst, dass man da eben sehr viel mehr eingespannt ist oder eben weniger. Das ist das eine. Und dann muss ich unbedingt sagen, ich kann jetzt, es ist so komplex, dass man sicherlich nicht alles beantworten, auf alles eingehen kann. Dann gibt es ganz, ganz viel mehr darüber hinaus. Es gibt tausend Geschichten und Argumenten dazu. Und ja, wie ist es? Also was ich sagen kann, dass also was sehr, sehr anstrengend ist, ist, dass wir zu wenig Unterstützung haben. Also hier in Deutschland grundsätzlich läuft das System an sich falsch. Es ist eine riesen Belastung halt nebenher, diesen ganzen Anforderungen von Krankenkassen, von Landschaftsverband, von Behörden und diese ganzen Sachen eben neben der Pflege, die sehr umfänglich ist, zu erledigen. Und da fehlt es halt, dass wir Unterstützung hätten und dass das zum Beispiel in einem Case Management oder aufsuchende Hilfe zum Beispiel stattfinden würde. Und ob ich jetzt berichte oder ob viele andere Geschichten der Eltern berichten, es ist fast immer gleich. Es gibt immer unterschiedliche Sachen. Auch die Eltern von psychisch kranken Kindern, da fehlt auch der Unterstützungsbedarf. Und das ist halt auf die Jahre gesehen zusätzlich sehr erschwerend. Und mein Eindruck ist, den ich auch mit dem Vater meiner Tochter abgleiche oder den anderen, dass es, wo es ins Erwachsenenalter ging, über die 18 hinaus, wir Betreuung haben, also die gesetzlich bestellte Betreuung haben und der fehlende Wohnraum da ist. Dass das vorher im Kindergarten und Schulalter überhaupt noch kein Thema war und wir damit gar nichts anfangen konnten, sondern man dachte immer, okay, das geht alles seinen Weg. Ja, und dann gehen die in den Hallen, dann gehen die in den Wohnplatz und wohnen. Aber es ist halt völlig anders. Alle klagen, es gibt zu wenig Wohnplätze. Und dann hat man das Kind, die ja schon erwachsen ist und man ist älter und wenn es das soziale Versorgungsnetz, ob jetzt gute Familie oder ein soziales Netzwerk, was man sich so aufgebaut hat, die werden auch älter. Die sind dann auch 20, 30 Jahre älter. Ja, dann sind die auch schon 80. Dann können die auch nicht mehr einspringen wie zu Kleinkennzeit mit drei, vier Jahren oder zur Schulzeit. Das bricht dann also auch weg. Und wir merken auch, dass wir halt schon in einem Mittelalter angekommen sind. Du hast es gesagt, die Tochter ist 31 und dann ist man also auch nicht mehr so ganz frisch und ich merke, die Kräfte lassen ab, lassen nach. Und was halt erschwerend dazu kommt, so sehe ich es. Dass diese vielfältigen Aufgaben, die für die Förderung und die Bewältigung, dass der betroffene Mensch, die Tochter, der Sohn ein gutes Leben hat oder eine Förderung, dass das vonstatten geht oder dass dieser Wohnraum geschaffen wird. enorm viel nebenher erledigt werden muss. Und das geht erfahrungsgemäß hier in Deutschland fast nie glatt, sondern wenn man etwas braucht, es hat eine enorme Anstrengung, einen enormen Zeitaufwand, Widersprüche schreiben. Teilweise auch mit Sozialklagen, mit Krankenkassen, mit Landschaftsverband, das ist so viel, dann diese permanenten Änderungen, viele, viele, allein nur mal das Thema Windeln zu nehmen, wie viele Gespräche wir für diese Windelversorgung aufwenden müssen. Und das ist eben sehr mürbemachend, sehr mürbemachend, kostet enorm viel Energie, enorm viel Kraft und dafür kann ich es nur wiederholen, das System läuft einfach falsch. Wir brauchten da, wie diese Hilfen bei kleinen Kindern, zum Beispiel wenn ein behindertes Kind da ist, frühe Hilfen, dass dann sofort ein Systemunterstützung einspringt. Das darf nicht in jungen Jahren enden, das müsste fortgesetzt werden, dass da eine staatliche Anbindung und Einbettung da ist. Und das andere ist halt eben, bei uns ist es so, dass wir halt sehr andere Biografie gegenüber älteren Leuten haben. Wir gehen, wir sind junge Eltern, unsere Kinder sind neugeboren, zwei, drei Jahre, wir gehen mit unseren Kindern über Schulzeit in das Leben hinein, über Jahrzehnte. Und das ist eben etwas, was der Mensch nicht auf Dauer auf so viele Jahrzehnte leisten oder aushalten kann. Und das ist ein sehr frustrierender und ich finde auch eigentlich ein sehr trauriger Aspekt, dass wir, wie es so oft heißt, in diesem reichen Deutschland so alleine gelassen sind. Es gibt, und das möchte ich auch nochmal betonen, sehr, sehr viele gute, sehr gute Sachen, die für die Behinderten auf den Weg gebracht sind. Unendlich viele, muss man sagen. Man bekommt auch sehr gute Beratung. Und dennoch ist man damit alleine, diese Dinge alleine zu erledigen und weiterzukommen. Das schaffen viele auch nicht. Das muss man einfach sagen. Und da würde ich mir sehr viel mehr konkrete Unterstützung, eine häusliche aufsuchen, ein Case-Management etc. pp. wünschen. Und viele andere Eltern auch. Da sind wir ja schon voll drin, auch in den Forderungen, in den Überlegungen, wie es besser sein könnte. Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du ja nochmal einen Einblick geben, also welche Unterstützung habt ihr denn so im Alltag? Also worauf könnt ihr auch zurückgreifen jetzt schon? Also das ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich möchte ja wie gesagt sagen, es gibt familiäre Komplexe, familiäre Situationen, die das große Ressourcen haben, die das sehr gut bewältigen können. Ja, aber ich muss wohl auch, ich spreche aus der Erfahrung, ich habe mich getrennt, als Agnes Wien zwei Jahre alt war und ich bin jahrelang alleinerziehend gewesen. Das ist nochmal ein Punkt, den man verschärft auch nochmal hinzunehmen muss. Es gibt schon eine sehr viel höhere Scheidungsquote auch. Die Belastung in Familien, wo ein behindertes Kind da ist, ist halt deutlich höher. Das liegt auf der Wand. Und wo waren wir gewesen, Christian? Gerade mit der Unterstützung, was du jetzt so im Alltag noch hinzuziehen kannst, damit du nicht so ganz alleine da stehst. Also es ist, das muss ich mal wirklich schwer überlegen, weil es gibt und das ist auch ein zentraler Punkt, der sich wie so ein roter Faden durch das Leben mit einem behinderten Kind hier in Deutschland zieht, dass es Unterstützungsangebote gibt, dass es Verbesserungen der Gesetzeslagen, dieses Pflegestärkungsgesetzes und so weiter gibt. Und auch die Beratung, der Landschaftsverband hat zum Beispiel die KUKUBs eingerichtet. Aber trotzdem diese ganzen Dinge zu erledigen, abzuarbeiten, das muss man trotzdem zu Hause selber machen. Das steht mir niemand zur Seite. Und das ist eben sehr, sehr dünn. Und da muss man wirklich sehr aktiv sein, sehr fit sein und eine hohe Eigenverantwortung und eine hohe Eigeninitiative haben, das zu machen. Oder ich kenne eine Elterngruppe, die sich gegenseitig von Kindergartenzeiten schon unterstützen, die also gewachsen sind über die Schulzeit und die dann tatsächlich in einem Nachbarort in Jülich eine Elterninitiative geschaffen haben, nur von Eltern. Ja, aber das ist eine große Ausnahme. Und sonst kann ich, es ist vernichtend, aber ich kann für mich sagen, ich habe da oder wir erleben da nicht viel Unterstützung. Und das zieht sich durch fast alle Bereiche durch. Das also, wir kommen gleich noch dazu, zu der Konferenz Alter und Pflege, auch jetzt zum Beispiel in den Werkstätten. Und es gibt so ungeschriebene Gesetze, wo halt viel getan wird für die Behinderten. Aber wir Eltern, wir sind so unsichtbar. Wir kommen gar nicht vor. Und das ist etwas, das ist mir durch, wir pflegen nochmal so durch die Jahreshauptversammlungen, ist mir das nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Und durch Fachtagungen. Und es bildet tatsächlich genau das ab, wie wir uns fühlen und wo wir stehen. Nämlich am Rand, wir sind unsichtbar, uns gibt es nicht. Und da möchte ich wirklich hin, dass wir Basisarbeit machen, aufklären, aufklären über alle möglichen Wege und Schritte, dass wir da ein Gehör bekommen und wir uns nochmal deutlich von der Altersgruppe der Älteren, die ihre Berechtigung haben, alles wunderbar, aber wir, dass wir einen Platz haben und einen Namen auch für uns. Genau, das war ja auch so, dass das so unser Anliegen mit dem Video heute, dass ihr genau diese Plattform auch wirklich braucht, um dass man mehr, dass ihr mehr in das Blickfeld auch bekommt, der Öffentlichkeit, der Politik. Ich glaube auch, dass es dringend notwendig. Absolut. Und ihr, du bist das beeindruckend, das ist ja bei dir und bei euch vor Ort, du hast jetzt viel berichtet, wie stark du im Alltag eingebunden bist. Man merkt ja schon, okay, du hast ganz, ganz wenig Zeit, also aufgrund der Situation auch. Und gleichzeitig hast du dir ja trotzdem, sag ich mal, dir die Zeit noch zusätzlich genommen, Weggefährten mit zu gründen, aufzubauen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was dich damals da motiviert hat, wie du die Kraft auch noch zusätzlich aufgebracht hast und auch heute aufbringst und was ihr eigentlich macht und vorhabt in Aachen mit dem Weg. Ja, ja. Also der Motor, mein innerer Motor ist eben, dass ich halt wahrscheinlich, weil ich auch alleinerzielt war. Halt, Nesmin war zwei und ich musste mich halt durch das Berufsleben und alle Organisationen als alleinerzielt mit einem schwerbehinderten Kind einfach durchbohrstellen. So. Also ich bin kein Einzelfall, das möchte ich einfach nochmal betonen. Ich bin einfach nur ein Busselteil, ein Sandkörnchen und ein Abgleich von vielen anderen auch. Und ich kann halt nur so aus meiner Erfahrung so berichten. Und es ist so, dass, wie schon so angedeutet, die Wohnsituation an Jasmin, ab dem 18. Lebensjahr hieß es, sie war in einem Kinder- und Jugendheim, im Internatform, jedes Wochenende zu Hause. Und ab 18 heißt es, so jetzt müsst ihr in den Erwachsenenbereich. So. Und dann hat sich da schon abgezeigt, dass mit 16 Jahren habe ich angefangen zu suchen, bundesweit, wie schwer es ist, einen Wohnplatz zu bekommen. Und das hat sich immer weiter verhärtet, weil es so extrem schwer ist. Sie sollte deutschlandweit irgendwo hin. Und dann war sie in Aachen, gab es dann nach Jahren, gab es einen Platz. Und die haben uns sehr, die Einführungsgespräche waren gut, aber nachher hat sich herausgezeigt, die Versorgung war ganz schlecht. Und ich möchte heute fast sagen, sie wurde da auch physisch-psychisch misshandelt. Sie hatte blaue Flecke, 20 Zentimeter Durchmesser, sie ist depressiv geworden. Ein geistig behinderter Mensch, der zusätzlich noch depressiv wird, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Sie hat nicht mehr gelacht, aber ich bin berufstätig gewesen, der Vater auch, und wir wussten einfach nicht, wohin. In dieser Not haben wir uns an die KUKU-B gewandt, immer wieder, und irgendwie immer Strohhalme gesucht. Und dann festgestellt, ja, es ist so gravierend, dieser Heimplatzmangel, dass also dann auch andere vorgenommen wurden und wir immer wieder hinten dran gefallen sind. Und daraus hat sich dann entwickelt, ich möchte mein Kind nicht nach Bonn, nach Hannover oder Oldenburg-Passau geben, sondern ich möchte, wie man das im familiären und bei einem behinderten Menschen so und so gerne tun möchte. Man hat ja auch Betreuung und viele Unterschriften und Versorgungsfahrten zu tun, die sie in der Nähe haben. Und dann ist mir, habe ich gedacht, so, der Weg nach vorne, und jetzt müssen wir irgendwas gründen. Das war ein Prozess, der hat Jahre gedauert. Wir haben einfach gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und es werden jetzt exakt am 1. November, sind es sieben Jahre, da haben wir den Heimplatz, das war schon vorher angekündigt, spontan gekündigt, an Jasmin nach Hause geholt und seitdem ist sie hier. Aber es hat sich dann nochmal vor sieben Jahren so massiv verschärft abgezeichnet, wie schwer es tatsächlich ist, einen Heimplatz in Aachen zu bekommen. Den gab es zwischen fünf oder zwölf alten Menschen. Und meine Tochter war damals, ich glaube, 24. Und das ist in diesem System, ist das dann normal. Aber das war für uns nicht akzeptabel. Da merkten wir, das kann nicht die Lösung sein. Und so geht es auch von den Rückmeldungen vielen, vielen und fast allen anderen Eltern auch. Und so kam es, dass ich dann überlegt hatte, dann gab es eine Gruppe, das hat leider nicht so gut geklappt, da haben wir uns verstritten. Und dann habe ich 2016 mit heißer Nagel, ich wusste ja schon, wie es geht, habe ich die Wehgefährten gegründet. Mit großer Angst, mit großen Bauchschmerzen. Wir sind von der Städteregion Aachen, das heißt Kreis. Wir wollten, dass ein Jasmin in Aachen bleibt und dass diese Gruppe dann in Aachen auch etabliert ist. Wir sind, kann jeder auch weit von außen her dazukommen. Aber so kam es dann eben. Und dann hatte ich damals schon einen Draht zu der evangelischen Stiftung Heffertag, Mönchengladbach, da war ich durch das Studium in einem Symposium und hatte mitbekommen, dass Heffertag Spitzenreiter ist, um Wundgruppen herzustellen. Und die haben da die Beratung, die Begleitung der Eltern gemacht und so war das dann auch bei uns. Also das war schon eine große Hilfe, muss man sagen. Das Haus steht, wir haben am Samstag Bilder gemacht. Die werden auch auf die neue Seite, nicht auf die neue, auf die Seite gestellt. Und gut, wir sind eine kleine Gruppe gewesen. Die Plätze, acht Plätze für das Haus sind aber jetzt in der letzten Endvergabe. Und ja, es sind alles junge Leute, die da sind. Und es ist kein Spaziergang gewesen, das muss ich sagen. Und es wäre auch schön, wenn das anderen Eltern erspart bliebe. Wenn also sehr viel mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt werden könnte. Das hat der Landschaftsverband Westfalen und Rheinland, die haben das 2003 beschlossen. Es gibt keine weiteren stationären Plätze. Es werden aber auch von da aus keine weiteren geschaffen. Aber es ist ja wahnsinnig beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also ich glaube, das kann man sich so ungefähr ausmalen, was es bedeutet, sich da selbst auf den Weg zu machen. Klar habt ihr dann mal Unterstützung von den einen oder anderen Organisationen. Aber es war ja doch am Ende immer wieder bei euch auf dem Schreibtisch. Und ihr musstet die Löse finden. Vom Küchentisch aus, vom Küchentisch aus, organisiert. Und wann geht denn das Wohnprojekt sozusagen an den Start? Also die Vorbereitungen, die hatten letztes Jahr schon mit den ersten Freizeitgruppen stattgefunden. Klar, Corona hat auch bei uns nicht Halt gemacht. Das war jetzt unterbrochen. Und jetzt am Samstag hatte das zweite Mal wieder die Freizeitgruppe stattgefunden. Und Einzug haben wir als Termin den 1. März. So, der Rohbau, der steht. Jetzt muss es außen und innen weitergehen. Was sehr schade war, dass also zweimal die Einweihungsfeier durch Corona abgesagt werden musste. Das war sehr schade. Und wie gesagt, jetzt so die Entscheidung, es haben sich in den letzten Monaten noch mal einige Eltern gemeldet. Auch von extern, von außen. Und das ist an sich ein ganz gutes Zeichen. Und es bildet im Grunde genommen das ab, wie die Eltern, wie verzweifelt die sind, weil es diese fehlenden Wohlplätze gibt. Das heißt, die Anfragen sind schon sehr, sehr groß. Und man kennt uns ja jetzt zwar nur ein bisschen, also wir sind ja keine große Organisation, aber man merkt schon auch immer diesen Druck dahinter. Wir brauchen ganz dringend. So, jetzt sind aber acht Plätze bei uns voll. Gut, das muss ich jetzt einfach mal weiterentwickeln. Das ist jetzt, jeder Schritt ist neu. Und es ist aber auch so, dass, wenn ich das jetzt schon mal so sehe, rückblickend oder auch vorwärts gerichtet, dass zum Beispiel, ja kann man so sagen, ich bin diejenige, die einen neuen Anbieter nach Aachen und in die Umgebung her geholt hat. Und zwar die Evangelische Stiftung Herbata. Das ist für die Momopole, die in Aachen alle sind, Lebenshilfe, Caritas, Alexianer, Vinzenzheim, VKM und so weiter, ist das alles erstmal, ja, so mit einem Durchatmen. Aber das soll die Konkurrenz und auch die Wohnlandschaft beleben. Mit neuen, mit individuellen, neuen Wohnideen. Ja, raus aus diesen alten Verkrustungen, heim, weg, sondern hin zu unseren jungen Behinderten, psychisch Kranken, alten Kranken, in die Mitte der Gesellschaft und drumherum was Gesundes aufbauen. Die müssen in die Mitte. Da ist noch ein weiter Weg, aber daher möchte ich diesbezüglich, das ist meine Triebfeder und mein Motor, den du vorhin so angesprochen hast. Ja, es kostet zwar Energie und Kraft, aber jetzt merke ich, diese Öffentlichkeit, diesen Druck, das ist für mich sogar ein Entlastungsventil. Weil es so über dieser Überschrift stehen könnte, Eltern brauchen eine Stimme, Eltern von Behinderten oder psychisch Kranken brauchen eine Stimme und auch das Schweigen zu brechen. Ja, das ist so, weil diese leidvollen Weg, fünf Jahre, dieses fürchterliche Haus, wo meine Tochter, ja, schon Misshandlungen ausgesetzt war, das muss man wirklich so sagen, das, und diese Not, diese innere Not, und wie kann es weitergehen, dieser Druck, das ist also, ist kein schönes Gefühl, das muss man einfach sagen. Das glaube ich. Sehr beeindruckend. Und dann ist es ja tatsächlich bald soweit mit dem Einzug. Jetzt ist es ja, das Wohnprojekt, du bist ja aber auch in der Selbsthilfe ja auch aktiv und in der kommunalen Konferenz Alter und Pflege. Vielleicht magst du uns da auch nochmal zu sagen, was du in diesen beiden Bereichen alles so auf die Beine gestellt hast. Ja, ja, also es ist so, dass ich, also diese Selbsthilfe, wir sind die Selbsthilfegruppe Weggefährten Aachen, so. Und das Wohnprojekt, das war so das allererste. Wir sind aber immer eine Selbsthilfe gewesen, die sich mit dem Untertitel nennt Weggefährten Aachen. Eltern und Angehörige von Behindertenhindern, so. Und das ist eben von jung bis alt, ne, und das ist offen und da kann jeder dazukommen, wessen Alters und drumherum ein großer Adios, ne, so, dass da alles abgedeckt ist. Das ist das eine und da habe ich letzte Woche wieder angefangen und es geht jetzt auch schon eine Freizeitgruppe, die wir in der Eifel am schönen Kermeter, das kennen wir noch nicht, so wohl einen sehr schönen behindertengerechten Weg, ne, wo viele den kennen und da wird jetzt für den 17. Oktober eine Freizeit organisiert, da schicke ich jetzt gleich die Mail raus und habe überlegt, dass also im Wechsel von Selbsthilfegruppe mit hartem Arbeitstreffen, also wo wirklich Punkte erarbeitet werden und im Wechsel zum Stammtisch, dass einmal ein Stammtisch und einmal ein Arbeitstreffen stattfindet. Und die Selbsthilfegruppe geht weiter. Und dann hatten wir auch in der Selbsthilfegruppe, was ist es, drei Jahre bestimmt schon her, überlegt, wir entscheiden uns, weil wir pflegen, einzutreten, weil wir uns auch als pflegende Eltern verstehen, die meisten zumindest. Und dann, das ist ja auch der richtige Weg und Schritt gewesen, dass da viele Türen sich öffnen und dadurch kam es halt auch, dass also du und Susanne da ganz schnell in Aachen angedockt habt und es ist relativ unkompliziert, wir im Platz in der Konferenz für Alter und Pflege bekommen haben. Also das Mitbestimmungsrecht soll dadurch gefördert werden und auch noch mal stärker abgebildet werden. Und ich bin jetzt, seit letztem Jahr haben wir diesen festen Platz und ich glaube, es ist jetzt das vierte Mal, dass ich jetzt letztens da gewesen bin. Möchte aber sagen, dass es nicht anders zu erwarten war, wir Eltern sind da genauso unsichtbar wie sonst überall auch. Die Themen, die abgehalten werden, sind Alter und Pflege. Ist ein breites Spektrum, immer wieder neu, immer wieder innovativ. Die Felder, die sind überall. Die sind Wohnen, die sind, wie kann ich mein Leben gestalten, wie kann ich arbeiten gehen, wie ist das Mitspracherecht in der Werkstatt, in der Schule. Das sind überall Themen, wo wir als Eltern, einfach als Essenz zu wenig mitgenommen werden. Ich finde es so richtig klasse, dass ihr da in Aachen mit dabei seid bei der Konferenz, weil da geht ja schon auch so um Planung, Steuerung, auch der pflegerischen Versorgung vor Ort. Das ist ja auf jeden Fall eine große Hilfestellung, finde ich, gerade wenn man merkt, wir kommen eigentlich gar nicht vor in diesen Diskussionen, in den Überlegungen, dann noch mal zu sagen, Entschuldigung, pflegende Eltern sollte man unbedingt mal mitbedenken. Da kann man ja noch mal den Finger in die Wunde legen, dann in diesen Konferenzen auch. Wir haben das ja auch in anderen kommunalen Konferenzen, wo man merkt, wenn pflegende Angehörige dabei sind, dann wird auch mal wenigstens auch über häusliche Pflege, über pflegende Angehörige auch gesprochen. Verstehen. Also mein Eindruck, meine Aufgabe, das gehört zu den Hausaufgaben, die dann in nächster Zeit erledigt werden, dass also wir da eine Präsentation oder PowerPoint oder wie auch immer, eben noch mal zusammenstellen und uns dann auch noch mal darüber vorstellen. Aber wie du auch ganz anfangs schon gesagt hattest, was fehlt, das sind immer diese konkreten Zahlen. Dass man noch mal wirklich auch Zahlen und eine Grafik hat, damit man eine Vorstellung davon hat. Wir sind keine so kleine Gruppe gegenüber den Älteren. Die Werkstätten, die Schulen, die Kindergärten, die ganzen Wohnformen, das ist eine riesengroße Landschaft. Die Werkstätten sind Wirtschaftsbetriebe. Genau, absolut. Ja, definitiv. Und da wollen wir ja alle zusammen daran arbeiten, dass das ein bisschen klarer, selbstverständlicher wird. Auch da alle wirklich mitzudenken, die in dem Bereich auch anfallen, in der Bereich Pflege, Behinderung und so weiter, dass man da niemanden übersieht. Genau. Wenn wir jetzt noch mal auf die letzte Frage vielleicht noch mal blicken. Du hast jetzt eben schon viel auch genannt und viel beschrieben, was sich auch verändern muss. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, auch über die Problemlage. Klar, jede Familie ist da auch noch mal anders aufgestellt. Das hast du auch schon berichtet. Und da sind die Probleme natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Auch in dem Handling, sag ich mal, dessen, wie man damit umgeht im Alltag. Wenn du jetzt aber noch mal überlegen würdest, also wo ist aus deiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich dringend verändern muss? Was würdest du dir so für die Zukunft, für dich, aber auch, sag ich mal, auf auflegende Eltern insgesamt gesehen, wünschen an Unterstützung, an Veränderung? Also das ist, die Überschrift ist als allererste Aufgabe, ist die Überschrift, wie ich schon mehrfach genannt habe, dass wir aufklären müssen und dass man über uns erfährt. Und dass wir auch noch mehr Eltern, die tatsächlich gewillt sind, daran mitzuwirken, einen Namen bekommen und dass man von uns weiß. Das ist das allererste, das Wichtigste erst mal. Und darunter gibt es ganz, ganz viele Themen, die ich schon genannt hatte. Und halt dieses Überthema, was halt eine Neuentlastung bringen würde, das wäre tatsächlich, dass man also diese aufsuchenden Hilfen oder dieses Case Management, das wird es in den einzelnen oder anderen Fällen vielleicht sogar geben, dass da irgendjemand was macht oder hilft. Aber letztendlich, und dass es halt sehr viel mehr Wohnraum gibt, dass die Inklusion, die schon da ist als Begriff, dass die Inklusion für alle ist und nicht nur für die Fitten. Da gibt es also auch Unterschiede. Also da müsste man noch mal sehr differenziert ins Detail gehen. Das auf jeden Fall. Und das... Deutlich ist es auch schon in deinen Kommentaren auch vorhin, dass der Bürokratieaufwand, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr hoher ist. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und das erlebe ich also auch. Das möchte ich gerade noch mal sagen. Vielleicht kann man es doch irgendwo anders davor sonst einpflegen, was uns an Problemen entgegenkommt. Das ist, dass wenn man auch die Gesetzeslage dafür geschaffen ist, für persönliches Budget, das neue BTHG, das Pflegestärkungsgesetz etc. pp., dass man also sehr oft ein gutes Wissen braucht, ein Know-how, eine Beharrlichkeit oder für gewisse Sachen tatsächlich immer schon ein Anwalt mit in petto haben muss, weil man weiß, das kriegt man nur mit einem Anwalt durch. Und das ist eher, das ist ganz, ganz traurig und das ist bitter, dass man diese Anstrengungen diesbezüglich unternehmen muss. Und viele, viele Eltern weiß ich auch, dass die auf diesem Weg dahin scheitern und dass die einfach nicht mehr können. Und ein wichtiger Faktor an Problemen, dass sie Angst haben. Angst haben, den Mund aufzumachen, weil sie die Sorge haben, dass da etwas passieren kann mit ihren Kindern. Und die Kinder nicht sprechen können, können sie es nicht erzählen. Das ist also schon ein wichtiges Faktor. Das muss man unbedingt sagen. Danke, die Martha. Ich glaube, das war wirklich ein guter Einblick. Natürlich auch in aller Kürze war ein sehr, sehr guter Überblick, weil ich glaube, man hat sehr deutlich gemerkt, wo der Schuh drückt und dass der Schuh vor allem aber auch sehr, sehr stark drückt. Und auch sehr, sehr wenig Unterstützung eben auch hat. Und die Wohnraumfrage, die hast du ja nochmal sehr gut beleuchtet auch. Und ich finde es nach wie vor sehr, sehr beeindruckend, dass ihr gesagt habt, trotz allem Aufwand, trotz allem Stress, den man so ohnehin schon hat, wir machen dieses Wohnprojekt. Ich kann mir kaum ausmalen, was man da an Energie und Zeit reinstecken muss, um sowas am Ende, am 1. März, dann im nächsten Jahr mit Einzug dann feiern zu können. Und ich hoffe, dass ihr das dann ordentlich und ausgiebig feiern werdet, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Erhoffen wir mal, dass das so gut klappt bis dahin. Ja, ja, ja. Wo kann man euch denn erreichen, Martha? Die Werbung wird auch noch sein. Ja, ich gebe das jetzt einfach mal mündlich halt durch. Und ansonsten heißt das, die Weggefährten Aachen. Und das Kürzel dafür ist unter www.wgf-ac.de. Also Weggefährten abgekürzt, WGF, weil es zu kompliziert geschrieben ist. Und da ist die Seite mit Bildern, mit Untertiteln und so weiter. Da kann man uns sehen. Es kann jeder gerne dazukommen. Und natürlich noch sehr viel mehr. Letztens kam eine Mutter über euch. Die hat uns gefunden, über die Wir-Pflegen-Seite. Aber ich würde mir wünschen, dass doch noch deutlich mehr zu uns finden würden. Das kann gerne noch mehr werden. Sehr gerne. Also das hoffen wir auch, dass ihr immer mehr Unterstützung bekommt. Und wir blenden gleich auch nochmal nach unserem Gespräch eure Seite ein. Dass wir dann nochmal, dass man es sozusagen schwarz auf weiß sieht, eure Internetseite. Und da drauf gehen kann. Und dann hoffen wir mal, dass der ein oder die ein oder andere vielleicht noch mit hinzukommt in Aachen. Wäre ja schön. Also bei allen, die ihr vorhabt, glaube ich, ist Unterstützung immer hilfreich. Auf jeden Fall. Prima. Ganz lieben Dank, Martha, für das Gespräch, für die Einblicke. Ja, dann sage ich. Genau. Und gemeinsam wünschen wir allen auch nochmal viel Spaß mit dem Sympositi und den weiteren Videos. Es gibt ja auch noch andere von Wir-Pflegen-NRW, auch wo der Landesverein unter anderem vorgestellt wird. Also da einfach mal reinklicken. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir allen alles Gute und sagen bis bald. Vielen, vielen Dank und ganz, ganz lieben Dank an dich für diesen Impuls und dass du den Aufwand betrieben hast. Und danke, dass du an uns gedacht hast, uns mit einnimmst. Aber es ist ja im Sinne für unsere Gesellschaft, für uns alle. So sieht's aus. Danke. Danke, Martha. Alles klar. Tschüss. 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 Vielen Dank.